Ja, was soll ich sagen? Es gibt keinen Grund, sich hier nicht zu bewerben. Als erfahrener Servicetechniker bin ich zuständig für die Instandhaltung und Wartungsarbeiten an unserem Maschinenpark. Des Weiteren bin ich zuständig für die Fremdfirmenkoordination, für die Dokumentation im SAP der getätigten Arbeiten und die Kundenpflege zählt auch dazu. Es wurde viel geredet, man hat geschaut, wer kann was, wo sind die Schwächen, brauchst du Schulungen, brauchst du Hilfe, geh mit jemandem mit, wenn du irgendwas brauchst. Es ist sehr herzlich, ein gutes Team, was hier ist und was ich vorgefunden habe, was mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Ich fühle mich hier wohl, ich kann hier aufgehen und kann jeden Tag das machen, was mir Spaß macht. Auch das Schwächen genutzt werden, um besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln und das ist wirklich schön hier. Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin Rekruterin für unsere Vertriebs- und Serviceorganisation in Deutschland. Ich begleite dich vom Beginn des Bewerbungsprozesses bis zum Onboarding bei der Beantwortung all deiner aufkommenden Fragen. Bei uns hast du viele spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten, unter anderem durch spezifische Trainings. Und du kannst zudem deine Expertise in vielfältiger Weise einbringen. Wir bieten dir ein Team, auf das du dich verlassen kannst. Ich freue mich auf deine Bewerbung und auf einen ersten gemeinsamen Austausch.